Hallo und herzlich willkommen wieder zurück beim Allerbesten Pro-Club aller Zeiten, dem Ultimate NRW auf der Playstation 4 und die Oster-Gamer begrüßen hier euch nochmal recht herzlich zum Liga-Finale Part 20. Ungeschlagen gehen wir in dieses Finale. 6 Spiele, 6 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen. Bedeutet 18 Punkte. Ein Punkt fehlt uns wieder mal zum Titel. Oh, jetzt kommt dein Schiefwort, Dominik. Hm? Los geht's! Jawohl! Passt doch, passt doch. Ähm, ja. 6-0, ihr habt gerade eine Demonstration gesehen. 6-0? Der 6-0-Statistik. Achso, ja. Eine Demonstration mit dem 5-1, ja klar. Ja. Ähm, 6 Tore aber. Da ist die 6 wieder. Ähm, 3-mal Granado, 2-mal Bunga. Ich hatte noch mehr Chancen, aber er hat's ja auch gemacht. Ich wollte ihn ja nicht die ganzen Tore wegnehmen. Ach, deshalb hab ich, äh, deshalb hab ich 57 Tore, wenn ich 3 Stück gemacht hab. Schindt. Oh, Donbass Arena. Da haben wir noch nie drin gespielt. Und Akkus, äh, gegen Inter Mailand. Da haben wir, glaub ich, noch gar nicht drin gespielt. Kann das? Immerhin besser als Aloha Park. Da freu ich mich über jedes Radio, was da... Aber ich glaub, die hat, äh, den, hat nur noch, äh, ein Team aus der 10en Liga. Ja, dann sind uns auch endlich davon weggekommen. Endlich weggekommen. Liga 5, ist schon ein Jahr, war ich noch, war läuft über die linke Seite, ich hab mir die dritte Minute. Und da geht er halt so aus. Ich hab mir, ja, jawoll. Ja, kann ich echt der Versuch mal. Ja, ich wusste nicht, wie ich sie am besten anspinnen soll. Ich wusste nicht, wie ich sie am besten anspinnen soll. Deswegen hab ich mal geschossen. Boah! Ene, mehne, Miste, es rappelt in der Kiste. Ey, was macht der Tore da? Na, der Platz ohne Ende. Oh, der Tore ist alle. Mehmet Akkus. Mitte Nummer 4. Jawohl, Bunga. Jetzt nicht. Aufgeben, ja. Weiter geht's im Text lang, ihr Flanke. Nein, der wäre perfekt gekommen. Der wäre perfekt gekommen. Na, Bunga. Kein Absatz, doch abseits. Ah, eh, drüber. Stadionjubel, die 1-0. Die Gastgeber wieder in Absatzposition von mir. Bist du nicht hier die Spiele mal abseits? Ne. Oh, mein, passt über 2 Meter. Auf jeden Fall spielt wieder bei denen, der kommt schon da alle und das sollte uns Möglichkeiten geben. Ja, Garnado spielt den Ball in Richtung Bunga, aber der verliert den Ball sofort. Aber das wird kein einfaches Spiel werden gegen die Jungs. Jetzt aber gut gespielt von Bunga. Ach, auf Bunga. Bunga machte, so lässt sich das nicht nehmen. 1-2-1 in der 12. Minute. Bäm. 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 Wunderbar. Wunderbar reingemacht. Ja, jetzt kommt ein Stichwort. Super, wie viel von Garnado. Vorlage Nummer 58. Boah. Super gespielt. Der war echt klasse. Der kann da durchgucken. Wir sind ja dafür bekannt, nicht aufzugeben, egal was da passiert. Und dann passen wir auch erst mal direkt wieder mit zwei Mann auf und holen uns die Kugel wieder. Granado hält den Ball auf Fuß, sieht Bunga 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 Bunga. Was macht er jetzt? Granado läuft wieder in die Spitze. Granado läuft wieder in die Spitze. Oh nein! Jetzt hat er noch mal in die Mitte gespielt. Ich wollte mich nur durchsetzen. Das war eigentlich kein Schuss, den ich eigentlich schießen wollte. Ich habe den ganzen Kreis gedrückt, da möchte ich mich im Zweikampf durchsetzen. Dann habe ich gemerkt, ich bin schon zu weit, aber ich wusste, dass er dann halt schießt. Dann habe ich damit dann gerechnet, dass er schießt. Boah, ey. Der haut ja nur einen Knick, ey. Jeder Schiff ein Treffer. Boah, da müssen wir jetzt... Wir müssen nachziehen. Aber gegen die ist was möglich. Es könnte ein Torfestival werden. Nein, die Verteidiger stellen sich aber auch blöd an. Dann lassen sie den einfach so zum Schuss kommen und der Ball unhaltbar ins obere Eck. Jetzt! Jetzt! Kommt jetzt nicht nochmal durch, aber nein. Ah, schade, ey. Da ist immer wieder ein Fuß dazwischen. Schade, ey. Nein. Jetzt stehen wir extra noch in den Weg rein, ne? Ach, ein Hinder. Jawoll. Weiter geht's. Granado zieht nochmal in die Mitte. Zieht nochmal in die Mitte. Zieht Bunga Bunga. Der Ball nochmal runter. Nein! Man geht doch dahint, ey. Haut der ab. Ja, du kriegst den falschen Spieler, ey. Nicht, ey. Die Mitte zu machen, ey. Baldemarian, ey. Baldemarian, ey. Baldemarian, oder was heißt der, oder? Oh, nee. Marian, scheiße. Der ist nur... ...hier am Trikot geguckt. Ey, das ist doch unfassbar, ey. Rinn der Torf ist da hinten, ey. 3-1, ey. Wir werden zerlegt. Ey, unfassbar. Gorn Rat! Boahe! Hier habe ich mal einen Torwart. Hadi Sanoki! O. Heftig! Oh, oh. Und los. Aber wieder die Mitte auf. und wieder kommen sie an dem Ort der Autor richtig daneben und dort wieder langsamer der Tor ist scheiße er wird erst mal gekündigt nach dem Spielen und wieder Granado in die Mitte mal mit links wenn sie mal am besten durch die Lücke Möbel hey wisse schön ja ich wusste selber nicht wohin Lewandowski haben sie auch wo sanoki sanoki hm was der Lewandowski aber man hat mich verletzt wenn ich zum Kopf verloren bin dann kann sie aufstehen oh wunderbar mei jeder dazwischen ich bin aber auch nicht da durch mach jeder da hin ey mach jeder da hin ey die ganze Blöden davor stehen da fiel wieder in die Mitte gleich ja nicht mit mir ey ah Granado in Richtung Bunga Bunga kommt der nochmal durch ja nochmal der Versuch Granado läuft weiter Granado läuft weiter er kriegt den Ball nicht schlecht gespielt von Bunga ja ja ich habe sofort gespielt also zumindest gedrückt oh 18 min vielleicht gelingt uns ja noch ein Treffer vor der Halbzeit das wäre von Vorteil ach man man findet den Ball jedes Mal ah wieder aufgepasst Bunga ah nicht gut gespielt weil jedes Mal den Ball ich bin schlechte Pässe Aua wer hat mich ja da umgehauen mei boah ey ich dachte schon der fällt hier ja warte auch wieder was macht er denn jetzt mei er kommt wieder nicht von der Stelle ey er ist weiter da ey warte jetzt 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 boah was macht der Granado denn da herr abgefilcht aber passt doch nimmer ich bin auch nur ein Stück besser ach wollen wir jetzt die Handball spielen oder wird vom 16 Meter rum ja wenn uns das hilft naja ist wieder keiner da naja drückt doch nochmal dagegen man ich glaube die haben ihren naja ich bin auch mal schnell naja komm mal ey ja kann ich leider nicht kriegen wer halbzeit schlief könnte uns jetzt erstmal retten uns neu sortieren jetzt am besten und dann auf geht's würde ich sagen echt schon übel ey ein ein Punkt ein Punkt brauchen wir zum deal was sind das für Namen ey wenn ihr euch an Part 17 ich glaube hier hin hat das müsste das Spiel gegen Tiki Taka gewesen sein wo wir da noch 4-2 gewonnen haben da ist noch einiges möglich ist ja wir werden jetzt eine Chance geben wir werden auf jeden Fall alles geben jetzt wie immer eigentlich 1 0 und jetzt los geht's jetzt mal durch ja jawohl abgefälscht muss die Ecke geben oder? ja eigentlich schon es gibt die Ecke direkt nochmal früh hier geht in Richtung die werden nach vorne gedrückt Bunga Bunga das erst mal das war die falsche Seite für mich muss ich ganz ehrlich sagen ich brauch von der anderen Seite, wo ich den oh ne okay sein Noki raus da ja jawohl aufgepasst vom Verteidiger Mitte zugemacht oh ey er legte den Ball noch vor was ist denn jetzt los, ey boah ey die müssen aber auch schon irgendwie mindestens 86er-Proms haben das egal wie gut die sind man wir gewinnen fertig mal Bunga wieder mit dem Fehler na Garnado setz ich nochmal durch 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 ich geh doch nicht drauf auch rein ich leg den Ball nochmal nach hinten aber da ist doch gar keiner das gibt's doch nicht ja weiter komm ich nach ihm sonst ständig äh zu schlecht ständig genau äh stand ich zu schlecht ja geil ey boah super verteidigt jawohl super von Garnado gemacht jetzt haben wir mal ein bisschen Platz hier jetzt haben wir mal ein bisschen Platz zieht in die Mitte rein zieht in die Mitte rein Bunga lauf mei und in die Haken das ist unfassbar ehrlich ja der ist zu doofen jawohl vielen keinen schlechten Ball hier fangt das Teil rein Bunga ist ganz alleine mein Gott was macht der denn ganz ehrlich was macht der was ist denn da mit ihm los ey ja hoch da jawoll Garnado wieder hoch und das populär allein zum Kopfball gehen der regt mich schon auf die Flanke war gut hm wirst du irgendwie nur über den Schädel rutschen mein Gott komm anstatt der da hinterher geht das Garnado läuft ach scheiße er wird ja dann Verteidiger hängen mei oh ja hab ich doch noch hab ich doch noch die Kugel hab ich doch noch die Kugel jawohl renn wir doch hinterher man jawohl durchgekommen pass in die Mitte dreh dich leg nochmal ab für Bunga Bunga schießt Tor wichtiges Ding klasse gespielt 15 min super Bunga das ist ein Ding super aufgelegt und Bunga an allen vorbei richtig im Tor jawohl jawohl okay gut was für ein Angriff und jetzt lebt der NRW wieder Fragezeichen Ausrufezeichen Ausrufezeichen ich wusste Fragezeichen Ausrufezeichen ich habe schlecht verteidigt das Gute ist ich habe zweite Luft oh ne ich auch zweite Luft drin haha lass uns noch mal ein bisschen warten guck mal meine Meckern da oben oh oh man dann wir sind alle nach vorne gegangen aber alle nicht damit mal gerechnet wenn es aufpassen ja Mitte wieder zu machen nein die King aber immer wieder die Bälle zurück guck mal er geht doch mal drauf lass ich da so ein bisschen vorführen ja wohin boah ah na du komm hoch da weil der eine wollte gar nicht ja unser 10er der läuft ja doch wieder lang na oh schöner Trick schöner Trick ah ne schlecht gespielt kommt dann nochmal dran jawohl der holt sich nochmal den Ball und hat die Kugel nochmal am Fuß läuft hier nach außen weg verliert den Ball aber wunderbar wieder zweite Luft ist drin Granado gib mir mal Gas na na kommt auch nochmal vorbei geht nochmal mal außen ja die wissen dass das gefährlich werden kann oh ey 11 Meter ja 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 ach du scheiße und Granado fliegt da durch den Strafraum Akkus ey der Torschütze verpunst er einen Sieg vielleicht was ein Ding und dann geht Granado jetzt schnell da wirklich am Ball boah uiuiuiuiuiui ist sexy ey 360 Grad Drehung war das 360 Grad Drehung war das boah ob das ihn richtig durchgeschüttelt hat ich geh davon aus jetzt komm 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 und wieder ein Tor und wieder ein Tor und wieder ein Tor er trifft nur per 11 Meter aber der hat auch keinen verkossen hier ist ja auch nicht alle Tage so aber der trifft ja und wieder 8. Minute NRW hat den Titel nochmal vor den langen Bällen ey und wieder sehr defensiver und dann nun mal ein Ticken defensiver noch naaa der wird auch nicht mehr oh dreht sie noch gefährlich Boah Hat natürlich auch ein Auge ne ich krieg immer Schiss wenn der Tor das so läuft ey 82 Minute Bunga geht nicht hoch lässt es dabei bleiben und granat und der mann für die wichtigen dinger trifft auch wieder naja lass ihn doch nicht laufen man beim könig der auflegen hier ein tor ist hier gut eigentlich den rein machen kann nur in den schweiß flanke kommen wir stehen da vorne zu zweit ich bin alleine weiter geht es ein text weiter geht die rechte seite oder ist verletzt und granato geht die ball in die mitte gespielt geht noch über die außenbahn geht noch mal über die ausmalen er sei ihn doch mal einer auf nein natürlich nicht manche auch steht wieder gut weil wir in die mitte gespielt bunga mein gott verliert wieder den ball und leitet wir den gegenzug ein aber der ball ist direkt wieder weg und wieder die roten wieder nrw ich bin sie noch mal schnell ja wunderbar doppelt gespielt das ist doch unfassbar kann man auch noch mal den fuß aber wieder nicht du bist wirklich ein holz fuß sichere dinge an die rein machen muss ich mache die schweren aufgepasst der weil wir linke außen waren bunga nochmal jawohl setz dich noch mal ein wunderbar reaktion verliert den ball dann doch wieder nein das ist aber auch ehrlich er bärmlich auch mein bongo hält jetzt sogar schon die verteidiger und es gibt die rote karte für bunga bunga nix wirklich seine karte das ist die gelbe karte normal ist sowas von wurst das war mir sowas von wurst aber das würde definitiv reichen zum titel ich wollte ihn auf jeden fall nicht durch sprinten lassen die nur nach vorne konternetz ja genau ich habe den sogar verletzt das war's ja wir nehmen den titel dann doch noch mit für den kampf belohnt worden dribbling plus 2 45 spiele absolviert der alten nrw ist für den kampf belohnt worden nach 1 zu 3 zur halbzeit noch mit 3 zu 3 vom platz gegangen titel dank einer starken zweiten hälfte ja da ist er wieder dieser dieser nehmen wir doch gerne mit schon zum vierten mal an dieser wülle jawohl geht doch sehr gut nein ich will das doch nicht von sehen sehen nein nein mach weg jawohl sehr gut ich werde jetzt auf jeden fall verlassen ja ich bin 85 ja ich bin drei sterne also 40 spieler 40 tore das ist ja schon mal besser stadium of light was das denn das ist stadium of light ist also können eti hat nehmen nehmen das eti hat genau ja vor allem manchester city ja aber auf jeden fall das können wir noch nicht okay ihr habt ein super spiel wieder gesehen wo wir uns wieder nicht aufgegeben haben und jetzt 33 sterne titel seht er ja alle und auf jeden fall wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn es ja wieder heißt ja liga vier aufstieg oder sowas genau die haben wir jetzt mein gott es geht aber relativ schnell jetzt ich kann jetzt mal gucken besten ist es sehr wir sind unter den besten 1.976 echt ja und in der ersten liga sind 128 also von 49.000 vereinen ok gut das hört sich ja schon mal sehr gut an wir melden uns dann wieder wenn wir auch nicht genau wenn es wieder um den aufstieg geht ja ich würde sagen bis dahin tschüss tschüss